Willkommen zurück zu Detroit, Deus Ex Human Revolution. Wir haben das letzte Mal Detroit erkundet, was sich geändert hat durch ein paar Extremisten und haben kräftig eingekauft. Liegt da noch was? Ne. Und ja, jetzt wollten wir mal wieder Richtung Mission gehen. Und wenn ich heute irgendwie das Gesicht verziehe, tut mir das leid. Ich mach mal kurz Pause. Also, wenn ich irgendwie komischen Eindruck mach und nicht reden kann oder so, mal kurz. Ich hab vorhin Füllungen bekommen, Zahnsachen und es tut natürlich ein bisschen weh, kann passieren. Wollte ich nur gesagt haben, nicht, dass ihr euch wundert. So. Genau das, was ich letzten Part gesagt hab. Okay. Ah, guck mal, da ist die KI. So, ähm, jetzt gibt's ein Bonusziel. Machen wir mal ein Bonusziel, erster. Das ist immer besser. Weil Erfahrung und so. Ähm, ja. Und die Nase hüpft natürlich auch wieder kräftig. Ja, äh, wir laufen jetzt wieder durch Detroit in die andere Richtung. Sehr schön. Warum auch nicht? Ähm, ich würde nur gerne durch die Bahnhaltestelle laufen, weil ich nicht jedes Mal... Achso, ging das? Konnte man da durch? Ich glaube, da kann man durch. Läuft die Musik noch? Tanzt der da noch? Nee. Oh nö, der Tänzer wurde festgenommen. Guckt euch das an. Ja, okay. Wenn er anscheinend ein Dieb war. Da darf man nicht lang. Äh, gut. Sind wir richtig? Ich hoffe, wir sind richtig. Also, hier bin ich natürlich irgendwie nicht durch die Sperre durch. Ach, ich weiß nicht, was los war. Okay, wir sollen, äh, für die Bonus... Fürs Bonus-Ziel dahin, wo wir das letzte Mal kräftig was erkundet haben. Kann man da hoch? Ach, da, da, da. Hoch, klar. Runter. Viel einfacher. Okay, Bonus-Ziel machen und Erfahrung sammeln und mal gucken, was passiert. Und irgendwie habe ich es geahnt. Ich habe es doch... Habe ich es nicht gesagt? Da werden wir hoch müssen. Ich habe es doch gesagt. Das ist das, wo wir die Fenster aufmachen können, oder? Das Haus. Ja. Genau das Haus ist es. Leute, ich habe es gesagt. Ich habe es doch gesagt. Okay, äh, will ich noch irgendwas anderes erkunden? Oh. Ja, will ich. Ich will mal erkunden. Weil aufschlagbare Wände haben wir bisher noch nicht verwendet. Das sind Schränke. Betäubungspfeile, hunderte Betäubungspfeile. Ich nehme die mal mit. Sie sehen, dass man nur eins, eine Schockgranate. Nö, dieses Mal nicht. Pistolenmunition, ja. Da ist noch was zum Hacken. Pistolenmunition, ja. Was ist das denn für ein Viertel? So, die hier lasse ich fallen. Ach, das waren genau die vier, die ich gerade eingesammelt habe. So, schauen wir mal hier. Stufe 3. 3 ist machbar. 3 sollte machbar sein. Ich meine 15% Entdeckung. Und es geht natürlich, wisst ihr? Ah, 15%. 15%. Wie viel, wie wenig sind 15%? Und es geht sofort los. Das ist Stufe 2. Das ist ein bisschen einfacher. Machen wir den mal zuerst. Ich will meine Stop Worms nicht für ein 2er und ein 3er aufbrauchen. Wow. Das ist groß. Wie viel Prozent hat das? Sind das auch 15? Hä? War nicht gerade bei einer 2,5? Achso, niedriger als 15 geht wahrscheinlich nicht. Freigabe, Transfer. Das, das, das. Äh, ich hab aus Versehen uns, ich hab zwei Stop Worms verwendet, gerade aus Versehen. Und warum übernehme ich das? Ich weiß es nicht. Kann man die Stop Worms stacken? Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall ein Fehler, weil allein die Zeit hätte ausgereicht mit dem Spam und so. Dass wir überall durchkommen. Access granted. Okay. Äh, nee, da ist nichts. Hätte ja sein können, dass da ein Passwort drin ist. Hacken nochmal. Wir haben 10 Nukes. Ich könnte auch nuken, aber 15 Prozent. Schon besser. So, jetzt mach ich's langsamer und mach hier Richtung Finish. Und er hat noch nicht mal... Nee, diesem Mal hat er gar nicht reagiert. Vorher sofort, jetzt gar nicht. Okay, unser Inventar sieht noch gut aus. Dann gehen wir mal hier durch. Noch mehr Pistole. Bin ich jetzt genau da, wo ich eigentlich nicht hinwollte? Nämlich da, wo ich hin soll. Ich will ja eigentlich immer erst die anderen Wege machen, aber es sieht so... Geh hin am Kühlschrank ist nix. Ich mach den so nonchalant einfach hoch, weg, runter. Nee, äh, ich bin tatsächlich durch eine andere Wohnung gelaufen. Okay. Dann schau mal doch mal hier. Was befindet sich denn hier drin? Also außer das hier alles... Oh fuck. Blut. Mord. Äh. Warum steht er da so? Will ich den K.O. schlagen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal. Schlagen wir mal K.O. und gucken, was passiert. Weil mit dem will ich reden. Den will ich durchsuchen. Der Leibwächter hat Brent Redford. Fast gekillt. Noch. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Antworten für Werte. Es gibt ein Traumakit, das ich hier gehalten habe. Somewhere hier. Find ihn. Du brauchst einen Doktor. Ich werde Hilfe bekommen. Nein. Nein. Zeit. Die... Die können wieder sein. Anyman, find das K.E. quickly. Wenn du Antworten willst. Äh. Dann gehen wir mal. Und suchen dieses OP-Kit. Habe ich irgendwo einen blauen... Ne. Ich hab kein... Kein, äh... Hilfesymbol. Ich muss es also tatsächlich komplett selbst finden. Aber wir können auch einfach das hier nehmen. Weil das liegt ja direkt ums Eck. Dann nehmen wir halt das. Das ist einfach... Oh. Eine MP. Nehme ich doch mit. Einmal eine MP-Munition. Die werde ich wahrscheinlich auch gleich brauchen. Äh. Das ist falsche Waffe. Die hier. Zack. Nachladen. Weil wir haben ja ein Munitions-Upgrade gekauft. Und wiederholz dann. Und reden. Wenn du den K.E. Oh, süchtes Jesus. Das ist ein Schicksal. Äh. Ist das süchtlich? Süchtig? Oder... Nein, ich weiß nicht. Ich sollte mit dem K.E. Jetzt erzähl mir, was ist passiert. Die Sons von B****s. Ich sollte es sehen. Ich weiß, dass es kommt. Ich weiß, dass Seraf das spürt, dass dieses Fall wieder zurückkommt und mich in die Aas. Seraf. So you're the investigator he hired to run a background check on me. Ah. Okay, es kommt alles wieder zusammen. Christ. Fuck it. It hurts and I'm just trying to breathe. Point is. The Goons that did this to me. Professionals. Okay, Sachen, die ich über mich nicht weiß. Okay, what the f***. Okay, Sranford. I put it all. I mothballed the case in Starridge. It's in an alley. Behind the bank. Your files are there. Michelle. Michelle? Warum Michelle? Was? Das ist doch die Ex-Frau, Freundin, oder? Ja, komm, ich geh jetzt. Aber ich kenne ihn an Ambulanz. Du bist okay. Nein. Es sind die f***er Tiere. Ich kann nichts mehr. Ich war umgekehrt, um meine Schäuze, wenn der erste Buhl hat mich. Das Geilste ist, I can't move anything. Da, rechter Arm. Ich bin sicher, dass es nicht so schlecht ist, wie du denkst. Es könnte eine Reaktion zu Morphine sein. Oh, dieses Brustbein. Autsch. Electric die Bronche, oder was? Och Mann. Nee, komm, jetzt soll man den töten, oder was? Das ist jetzt, okay, ähm, ich frage mal nach. Aber Respekt für die Sprecher, das ist krass. Ähm, ich will ihn am Leben lassen. Ich will ihn am Leben lassen. Wäre besser. Warum weiß er, dass ich Klingen im Arm hab? Die nutze ich selbst nicht mal. Ich mach das nicht. Entschuldigung, Redford, ich will es nicht machen. Was ist das? Ein Asimovs-First-Law? Nein, Asimovs-First-Law. Eine Maschine, also ein Roboter, darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel war, glaube ich, sie befolgt die Befehle. Und die dritte Regel ist, dass die zwei... Ja, ich weiß es nicht mehr, nee. Aber, ja. Mercy ist, glaube ich, eine Einspielung auf Robocop. Und Chicken ist, äh, hier, ähm, Back to the Future. McFly wird auch immer Chicken genannt. Nee, wir lassen den leben. Und da abgammeln. So, ich soll wieder runter. Und dann gehen wir halt mal den... Gehen wir mal den Treppenweg. Äh, wenn wir eine Treppe nutzen können irgendwo. Ja. Ich erwarte noch Gegner, muss ich sagen. Also die, die den, äh, erwischt haben, die sollten eigentlich noch da sein. Aber ich hack mal hier. Hacken. Äh, nice. Das finde ich nice. Das ist irgendwie cool. Dieser, dieser Aufbau. So, tack, 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 tack. Alles eingesammelt. Yay. Äh, immer erst den Kühlschrank plündern. Also, durch die Gegend werfen. Warum auch nicht? Das bringt sicher was. Äh, diese Nachrichten kennen wir schon. Äh, dieses Buch kenne ich nicht. Die Geschichte von Pickers. Pickers, also dieser Nachrichtensender. Da ist noch ein Rechner zum Hacken. Auch Stufe 2. Okay. Wow. Oh Gott, ist das groß. Okay, da ist ein Datenspeicher. Da muss ich so rum. Dann komme ich auch an den ran. Dann komme ich auch da rüber. Okay, Moment. Ich fange mal an mit dem Transfer. Dann hole ich mir den Spam. Damit wird er langsamer, wenn wir entdeckt werden. Dann hole ich mir das. Und das. Jetzt werden wir entdeckt. Jetzt wird alles ein bisschen schwerer. Das macht uns aber erstmal gar nichts aus. Weil wir haben eine Menge Stop Worms. Jetzt nutze ich sie absichtlich. Wir haben auch Nukes. Habe ich alle Datenspeicher? Ja. Reicht das? Ja. Ein Stop Worm, aber so eine Menge Felder übernommen. Das ist cool. Und mal wieder eine nigerianische Spam-Mail. Ich sage jetzt einfach nigerianisch, weil die sind es ja eigentlich immer gewesen, wenn man sie im Real Life gekriegt hat. Der Prinz hat mich ausgesucht, dass ich sein Geld verwalten darf. Oder wie auch immer diese Meldung genau hieß. Ihr wisst garantiert, was ich meine. Die sind freundlich. Zum Glück sind die freundlich. Sandfreundlich, habe ich gesagt. Was passiert, wenn ich dir einen Rechner hack? Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mal durch die Gegend. Moment. So, jetzt sieht er mich nicht. Jetzt ist er alarmiert. Warum sind sie jetzt alarmiert? Vermutlich, weil ich nicht hier drin rumlaufen soll. Kann ich die Tür bitte schließen? Oder beide K.O. schlagen? Dann schlage ich halt erstmal einen K.O. Und den anderen K.O. Mach ich sie halt doch einzeln. So, irgendwas anderes rot. Nope. Feindselig hört auch sofort wieder auf. Säurad. Das war Säurad und das war ein Leibwächter. Vielleicht ist Säurad noch wichtig. Mal gucken. Aber jetzt hacken wir erstmal den... Ach, hacken. Von wegen hacken. Wir hacken den Safe. Aber der Rechner war ja offen. Stufe 4. Ist auch so ein großes Teil. Oh, da sind Fünfer. Das ist cool. Den Fünfer hier nukke ich mal. Und den Fünfer nukke ich. Jetzt will ich hier lang und hier lang. Es ist gerade riskant, dass ich die Fünfer alle ohne, oder viele ohne irgendwas besonderes gebracht habe. Den muss ich nuken. Da war ein Plus einiges. Den will ich nuken und den übernehme ich nochmal. Reicht mir das? 3, 4, 3, 2, ja. Der Safe war gut gesichert. Und was ist drin? Pistole. Elektroschockpfeile. Und ein PDA. Eine neue Abschreckung im Lagerschrank. Hey. Ein Lagerschrank. Das ist gut. Wenn wir mal an einem Lagerschrank vorbeikommen, dann haben wir ein PDA mit Passwort. Wir haben ein Level bekommen. Gibt es ein Arm-Upgrade, was wir brauchen. Inventar vergrößern wäre irgendwie cool, aber nein. Beine lautlos, schneller. Nee. Augen durch Wände sehen. Kostet 2. Da habe ich alles. Lautstärke-Feedback. Das wäre natürlich auch irgendwie cool. Was ist das? Längere Sprintdauer nochmal. Nee, das brauchen wir nicht. Das bringt es auch nicht. Wenn sie einen Datenspeicher haben, den Inhalt zu sehen. Dann kann ich vorher abschätzen, ob ich das will. Was bringt das? Was? Achso. Das verhindert Tracing-Versuche. Das machen wir mal. Das ist gut. Besser hacken ist immer gut. So viel, wie wir immer am Hacken sind. Also auch wenn wir eigentlich den Schleichweg meistens spielen, wir hacken doch verdammt viel. Ah, okay. Hier ist zu. Dann müssen wir doch jetzt durchs Fenster raus. Ich könnte noch ins oberste Stockwerk. Das oberste Stockwerk haben wir ja nicht durchsucht. Ist das der richtige Weg? Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Ja, das sieht gut aus. Ja. Und das ist wieder eine Stelle. Oh nee, oder? Und es ist einer zu viel. Ach nee, ich habe einen Doppel-KO gebracht. Okay. Ich habe gerade irgendwie nicht damit gerechnet, dass die mich jetzt angreifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Revolmonition. Da war noch einer. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Ich habe nicht auf den Radar geguckt, natürlich. Nicht auf die Karte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Gegner da sind. Und wo bin ich? Wo bin ich genau? Moment. Tür. Tür. Tür checken. Tür ist offen. Gegner sind K.O. Gut. Dann war ich hier überall. Gut. Dann gehen wir durchs Fenster wieder raus. Und wissen Bescheid, dass da mal zumindest vier Gegner mit Anzug sind. Flock. Flock. Hihi. Okay, die Soldaten, wenn ich die irgendwie mit dem Sprung K.O. geschlagen habe, mit dem Fallen, ähm, ah, da habe ich den Code tatsächlich. Wenn ich die K.O. geschlagen habe, dann sind sie nur, ähm, durch die Gegend geflogen und waren kurz gestunt. Hups, oh. Und das Laser-Ding ist, wo, wo kann ich, ach, da. Fang, fast, äh, an dieses Terminal ohne den Laser auszunutzen. Stufe 4, das will ich mir gar nicht erst angucken. Inaktiv. So, wir haben ein kleines Lager entdeckt. Ähm, mit Standardgewehren, mit Standardgewehr-Munition, mit Betäubungspfeilen, wo wir keinen Platz für haben. Warum haben wir keinen Platz für Betäubungspfeile? Weil wir so verdammt viel Revolver-Munition haben und, ne, weil wir Pistolen-Munition Maximum haben. Ah, wartet mal, kann ich den, okay, der ist nachgeladen. Der ist auch noch Präzisionsgewehr-Munition und alles, was ich so brauche. Äh, was war das gerade? F? Kein Ziel in Reichweite. Ich hab keine Ahnung, was F macht. Ich hab nur gerade F gedrückt aus Versehen und dann hieß es kein Ziel in Reichweite. Ich hab keine Ahnung, was es tut. Ähm. So. Wir gehen noch, oh, ich hab irgendwo laut gemacht. Wir gehen noch bis hierher. Und hier speichere ich und beende den Part. Äh, hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.